Rifa Tviapi, das Turnier in Tenero im Tessin steht hier, nachdem das letzte Turnier in Solothurn zum Teil etwas verregnet war. Jetzt freut ihr euch sicher auf die Sonnenstube? Ja, es wird wahrscheinlich ein schönes Wetter sein, warm. Der erste Gegner ist Scorpions, der Schweizer Meister, ausgerechnet eine der absolut stärksten Mannschaften. Wie muss man gegen diese spielen? Gut vorbereitet, diszipliniert und als Team arbeiten. Der zweite Gegner ist ein ganz anderer Gegner, obwohl er aus der gleichen Region kommt, das ist Basileia. Die sind neu dabei dieses Jahr. Sie schiessen viele Goals, aber sie können auch viele Goals über. Wie muss man gegen diese spielen? Ich denke, wir müssen einfach richtig dahinter stehen, wenn sie viele Goals schiessen und viel bekommen. Schauen wir, dass wir immer einen mehr schiessen. Haben wir gegen diese schon mal gespielt? Ja. Das weiss ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wie machen wir das als Team? Im Tessin spielen wir ja ab einem Tag. Werden wir noch übernachten? Werden wir ins Teambuilding machen? Genau. Wir würden sie wahrscheinlich schon am Freitagabend hier runterfahren. Also dann viel Erfolg. Merci mal. Danke schön. Danke schön.